Patrick, Patrick sagen wir immer, hat mich auch Trommel natürlich, alle in Position verloren hier, macht David Kudat Druck auf die vor entfallenden Christian. Wir tun ein bisschen mittel, für die Formelle gibt es immer noch X-Druck und dann ist Mercedes Doppel, J.B. Green, Gary Peppert, die beiden auch gerade schon. Der Rat an Rat an der Mercedes-Tribüne kommt zurück von der ersten Runde und der schöne Matthias X-Druck. So was, Jamie Green, da geht doch noch mal vor. Der Spritzhotel ist ... ... der Spritzhotel ist! Timo Schauer ist ja okay, aber der Schubser kam von Ralf Schumauer, ich denke mal, da könnten die Rennkommissar mal durchaus drauf gucken, zumindest jedes uns nicht wundert, er hat seine Außensicht von Martin Toltschicks Cockpit. Also gucken wir uns gerne nochmal an, genau wie die Rennkommissar, die wir jetzt auch nochmal anschauen werden. Und auch diese Perspektive sehen wir nur, hallo, ich spiele Sonne, lass die Erde um mich kreisen. Ganz genau. Und damit ist er natürlich Timo Lester. Ja, das ist der Mann. Green will Anlage machen und will natürlich jetzt den entfliegenden Xtreme nicht davon eilenlachen. Das darf in gar keinen Fall sein, Aussicht von Mercedes Benz. Wir kennen das von Ecke Xtreme, Mr. Xtreme, auch bei Haberschlein, der zieht gerne vor der eigentliche Rekordrunde hin, um erstmal ein Sicherheitspolster zu schaffen. Gerade mit relativ kaltem Reisen und noch nicht ganz betriebsbreitem Reifen ist der eine Wand, wegen des Unterhalts und Vater, der ist ja auch ein Ready-Auswesagender. Ohne Neska, geben die Möckels zu Tor. Wie ist die Autoherstheorie? Oh, die kam wahrscheinlich auch. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020